So, dann machen wir hier weiter Jetzt kann es hier wohl nicht sein Oh, was ist das? Scheißding doch wieder Achtung! Wir haben alle erwischt! Zum nächsten Kontrollpunkt Die Wettbewerse ist noch nicht am Ende Sie haben den Salarianer erwischt Ja 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 Dieser Morden hat recht Summers wusste, dass wir kommen Warum sollten sie sonst hier sein? In jedem Krieg gibt es Verräter Ja 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 Obtun Ja Wir 없어요 Diese An arrival Ja 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 Denkst du einfach nicht mach ich anbauen Das war einfach nicht so sehr Tinkt nie so ganz einfach Aber da haben wir nicht so gut Was ist das? Mal alles mitnehmen, alles mitnehmen, egal wo es liegt. Scheiße Leute. Ist wichtig, vergesst das nie. Wenn du irgendwo was findet, nimmts mit. Die Zeit muss. Geben ihn am Boden. Ein Temmungsstil für den Sprücher, Shepard. Shepard, vermutet, Cerberus hat die Energie abgeschaltet. Kann erst weitermachen, wenn Sie Notfallsysteme umleiten. Finden Sie das Energie-Terminal. Müsste in der Nähe sein. Es muss hier irgendwo eine Art Stromversorgung geben. Hey, was ist man denn da? Oh gut. Ich finde es immer ganz toll, dass das, ähm, dass die, ähm... Ausgezeichnet! Können uns durchbringen! Moment! Noch ein Cerberus-Trupp! Wann? Wann? Machen Sie weiterhin rum! Sie dürfen nicht in die Nähe der Traum! Jawohl, Matt! Verstanden! Oh! 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 Ausgezeichnet. Vorliebe für Zerstörung in Takt, Shepard. Können uns jetzt durchschleusen. Vorliebe für Zerstörung. Goldig. Was? Na? Ja, wir müssen. Wir müssen uns da rum. Ja, ja. Komm, da waren wir nicht vor. 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 Du bist nicht vor. Das sieht nicht aus. Verschwinden wir von hier. Was? Schöpferd, Bewegung! Ich kann in diesem Ding nicht ewig rumfliegen! Sie kommen auf dem Weg hinauf zum Landeplatz! Ich glaube, wir sind fast oben. Nein. Schöpferd, Sie haben uns gefunden! Unter schwerer Beschuss! Die Dämmung sind geschlossen. Verschwinden wir von hier! Nach wie vor, Feil gesetzt! Pankhunterbeschuss! Verschwinden wir von hier! Verwaltung, Schöpferd, mein Dämmungsschill fällt aus. Vermutlich sicher! Wir brauchen jetzt letzte Freigabe, Schöpferd. Das ist toll, wer alles tut, Spiele und Likes nach dem Video, das ist ganz toll. Oh scheiße, ein Roboter! Oh fuck mir! Boah, der Dreckstatt, den mach ich platt. Den krieg ich, der Dreckstatt. Das können wir mal gleich. So macht man das! Jawoll! Boah! Ah ja. Leute, ich bin doch wieder so weich drauf. Alle machen. Spiel egal. Das kann sich ja wohl nicht sein, ja. Ja. Ich war nicht sicher, ob Sie das hinkriegen schaffen. Beeilen wir uns! Ich übernehme jetzt. Da sind sie! Da sind sie! Los! Oh, alter Scheiße! Ich bin nicht der Eigentum, hier! Die haben es so drauf, oder? Meine Scheiße, ich hab sie drauf! Was macht Cerberus hier? Was wollen Sie? Meine Scheiße, ja. Ich bin so, dass ich bin. Das gefällt mir. Commander, wie ich höre, arbeiten Sie an einem Vertrag zwischen Kroganern und Turianern. Wenn ich Kroganer nach Palavan bringe, unterstützen mich die Turianer. Und was hat Cerberus damit zu tun? Ich weiß es nicht. Der Unbekannte hat irgendetwas vor. Den müssen wir auf Distanz halten. Dieser Vertrag wäre ein gewaltiger Sieg für die Allianz. Wir brauchen absolut jede Hilfe. Was ist mit dem Proteaner-Gerät? Die Allianz-Forschung hat offiziell mit dem Bau begonnen. Unter dem Namen Projekt-Tiegel. Wir setzen jeden dafür ein, der einen Hammer halten kann. Ja, das ist das ehrgeizigste Unternehmen der Menschheitsgeschichte. Werden wir es schaffen? Ich sage nicht, dass es einfach wird. Aber laut unseren Forschern sind die Entwürfe... ...eleganz. Gewaltiger Ausmaß, aber irgendwie aussimpel. Wir schaffen das, Shepard. Sie schaffen es. Und keine Zweifel. Nein, Sir. Gut, Hackett Ende. Wow, das ist schon dabei. Das ist die Power. Wahnsinn. Oh, was ist denn dieser Ding her? Oh, ich hab's bewacht. Überall freut sich an Schlachtschirmen. Storik. Oh, ja, 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 ja. Hm. Reef, die Frau ist in Sicherheit. Um die Heilung ihres Volkes können wir uns später kümmern. Sie steigen nicht aus, Torianer. Aber Paladin braucht ihre Truppen jetzt. Es darf keine Verzögerung geben. Keine Verhandlungen. Jeder Kroganer bekommt das Heilmittel oder Paladin brennt. Morden, wie lange würde ein Heilmittel brauchen? Muss Basis-Antigen der Frau synthetisieren. Benötige dazu Gewebeprobe von gesundenen Kroganischen Mann. Ich geb Ihnen eine. Die Heilung beginnt mit mir. Akzeptabel. Brauche Sie für die Prozedur an Bord der Normandy. Bleibe sowieso. Niemand berührt meine Frau. Dann fangen Sie an und beeilen Sie sich. Wie immer. Bin in Krankenstation, falls Gespräch gewünscht. Muss Tests an Iva durchführen. Iva? Richtiger Name der Frau unbekannt. Normandy an Schiff der Menschen. Mythologie der Menschen daher angemessen. Schlage Gespräch mit dir vor. Neue Perspektive. Überraschend. Ist sonst noch irgendwas? Es gibt ein kleines Problem wegen eines Schiffs, zu dem unser Kontakt abgerissen ist. Details? Das bespreche ich lieber unter vier Augen. Wenn Sie mit den turianischen Problemen fertig sind, Shatmant, müssen wir reden. Worüber? Einer meiner Trupps wird vermisst. Ich gebe Ihnen die Details. Unter vier Augen. Ich sehe Sie dann in der Einsatzzentrale. Gesprächsbereit. Das ist ein Haufen hier. Oh, bist du ja immer gegen eine Laufentherr. Also, dann bist du dich. Ich muss ja was dazu reden haben. Das war interessant.